Weil es ja wieder mal nicht geklappt hat. Allein was dieser Handel jetzt an Zeit gefressen hat. Das sind doch bestimmt schon drei Folgen oder was? Allein durch die ganzen Crash-Geschichten hier. Was ist da schiefgelaufen? Alles. Alles. So viele Mods. Dock Church auf die Bombe setzen. Beste Idee ever. Nächste Ladewildschirm. Ah, schön. So, ich bin schon relativ müde. Durstig und hungrig. Sieht man schon. Am 10 Uhr morgens muss ich noch ein bisschen durchhalten. Schlafen kann man erst, wenn die Arbeit getan ist. Solange hoffentlich hält der Charakter noch durch. Ich fand die Idee ja ganz witzig, dass man hier irgendwie essen und trinken muss im Spiel. Aber allein vom Spiel her macht das keinen Sinn. Es macht auch keinen Spaß. Das ist irgendwie blöd. So. Da haben wir immer noch zwei Power Armors. Das gibt's doch nicht. Das ist echt schon wieder zu viel. Aber der kann raus, ja. Das reimt sich auf Twitch, Switch oder Witch oder das Wort mit B. Kitsch reimt sich auch auf Twitch. Snitch. Der Snitch geht auch. Ja, Wolfi, das kann sein, dass es im Moment laggt, einfach weil das ist ja schon gemerkt. Was darf denn sein? Das Switch hat heute schon wieder irgendwelche Probleme. Wahrscheinlich sind wieder irgendwelche Meisterschaften von irgendwas. Ach, das ist wieder der Falsche. Bis später. Auch ein Kollege. Hilfe. Bitte. Hilfe. Hilfe. Ja? Mach deine Lippen zu. Merkt wirklich aus, wenn du das so machst. Ach ja, jetzt habe ich nur noch die beiden Kanonen dabei. Da muss ich gleich nochmal gucken, ob ich nicht noch ein paar andere einpacken kann. So, 266. Das sieht doch gut aus. Mehr brauche ich, glaube ich, auch nicht. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie so... Tschüss. Ich würde noch eine der Laserkanonen mitnehmen. Hallöchen. Lust auf ein... Hallöchen. Lust auf ein Nümmerchen? Danke, nein. Warte doch, ich ziehe eine. 97. Ja, dann komme ich später wieder. So, was nehme ich denn mit? Die Pistole? Oder das Lasergewehr? Ich glaube, ich nehme das mit, wo ich mehr Munition habe. Das Gaussgewehr könnte ich auch mitnehmen. Das kriege ich bestimmt nochmal repariert. Muss mal zu Moira. Moira kann alles reparieren. Oder der Crazy Wolf Gang. Der kann auch alles reparieren. So. Zack, zack. Kleidung. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Sind wir da quasi auch mit durch. 46, 41, 42, 63. Die Sniper, ich brauche irgendwas kleines. 42, 46, 133, 10 Schuss, 18 Schuss. Nämlich die. Ist noch irgendwas sinnvolles? Bloodpacks. Dann nehme ich nochmal drei mit. So, warte. Ich brauche auch Munition. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier Quatslaser E-Cells Munition E-Cells habe ich keine mehr. Aber da kann ich mir noch welche kaufen. Also. Dann vergeben wir die Position der Waffen neu. Eins. Zwei. Drei. Ey, die sieht aber auch cool aus, ne? Mein lieber Scholli. Ich fühle mich wie so ein Cowboy, ey. Sehr cool. Ja, ich weiß, der Magen knurrt. Ach, das kann ich jetzt eigentlich noch machen. Erstmal ein paar Stunden schlafen. Haben sie jetzt ein Uhr. Dann schlafe ich mal so 17 Stunden. Was war gerade los, dass ich off war? Ja, keine Ahnung. Twitch. Twitch-Probleme. Und zwischendurch hatte ich ein Blue Screen. Und dann bin ich einfach mal rausgeflogen. Wer ist Cheese-Widstream? Kennt Cheese-Widstream nicht. Du Kumpel, du kommst erstmal mit hier. Komm. Kann ihn nicht bewegen. Doch, kann ich. Dich will ich nicht in meinem Lager haben. Solche Typen, die da so rumliegen und so, die locken nur irgendwelche Fliegen an. Finde ich nicht so cool. Und du könntest dich eigentlich hier so Okay. So. Keine Chance. Radfahren will er nicht. So, warte. Geschlafen habe ich jetzt. Jetzt habe ich großen Hunger. Hunger. Zweimal Instamash. Und eine Cola. Bin immer noch hungrig. Noch eine Cola. Noch ein Instamash. Ich bin immer noch durstig. Gibt es das? Eine Cola und ein Steak. Jetzt gehen wir langsam die Sachen aus. Leck mich. Immer noch durstig. Noch eine Cola hinten rein. So, letzte Reise. Nach Rivet City. Bevor es weiter geht. Zeigt die Waffe in zwei in der anderen Perspektive. Warte, wie so bin ich ihn jetzt am Schleichen. So, das ist die eine Waffe hier. Sieht aus wie eine wie eine Laser Desert Eagle. Dann haben wir hier das dicke Gewehr. Oder meine Sniper. Malph, hast du schon versucht mit Regalen deinen Haarausfall zu beheben? Was? Mit Regain meinen Haarausfall zu beheben? Nee, Wolfi habe ich noch nicht. Hast du da gute Erfahrungen gemacht? Was? Zu früh? Ja? Hallo. Grüß dich. Wie mein Angebot lautet, du bist der falsche Ansprechpartner. Bis später. Ich kann mit dem anderen Jerome sprechen. Hallo. Nein, nicht mit dir. Tschüss. Ja. Hallo. Uhu. So, ich brauche E-Cells und biete Elm, 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 Elm und Dis. Elektronik Charge, Energy Cell. Sind das Energy Cells? Ja, ne? Sonstige Munition. Elektronik Charge, Energy Cells. Ja. Energy Cells. 1300 hat er. Gebt mir mal. Oh je, das ist aber viel. Dann die Hälfte. 92 ist okay. Das ist ein Deal, mit dem ich arbeiten kann. So, ich kann dir dazu noch ein bisschen... Ich habe da noch ein bisschen was hier. Da. Hier leere Nuka-Cola-Flaschen geben. Das ist doch schön, ne? Mit so jemandem machen. Tschüss. Hau rein. So, jetzt könnte ich mal versuchen. Habe ich eigentlich schon... lange nicht mehr gemacht. Und wollte es eigentlich auch nicht machen. Aber eventuell... Schauen wir mal. Waffenmodifikation. Nee. Erstmal canceln. Erst schauen. So, weil manchmal... wird der Schaden darunter gesetzt. So, 42. Dann... Waffen. Und... den dazu. Und den. Nein. Fertigmachen. Okay. 42 bleibt dabei. Sehr gut. Soll ich 36 Schuss bei der Waffe? Sehr cool. So. Laservisier könnte ich bei dem gebrauchen. Und das gute Ding macht 383 Schaden. Was? Ach, die kann ich nicht modifizieren. Okay. Medical Kit. Tool Kit. Was bringt mir das? Keine Ahnung. Versiedlung. Okay. Das reicht aber. Ganz gut ist. Ist auch hier irgendwas? 203. Die wiegen jetzt halt noch relativ viel, ne? Vielleicht gibt es irgendein gutes Schaden. Ich bin... 200 Kilo kann ich tragen. Das ist mehr als was ich sonst tragen kann. Komm, lass mich durch runter. Ich will nichts stören. Hallo, Rosmour. Alles klar bei dir? Ob ich Pokémon-Sammel-Karten-Spiel-Mache? Ne, aber wenn du welche Karten hast, die du gerne unter die Leute bringen möchtest, vielleicht gibt es hier jemanden, der Bock drauf hat. Man weiß ja nie. So. Also, wie mache ich denn jetzt weiter? Ich könnte Megaton in die Luft jagen. Ich könnte aber auch mal gucken. So, Lucys Nachricht muss ich noch machen. Aufgaben. Weltkarte. Polizei-Hauptquartier. Was sagt denn die Nachricht? Aufgaben. Blood Ties. Notizen? Lucys Nachricht überbringen. Aber wie, wie, wie kann ich das denn? Wo muss ich denn da hin? Warum gibt es denn keine genaue Quest-Beschreibung dafür jetzt? Polizeihauptquartier von Germantown? Hm. Achso, hier ins Robko-Werk muss ich eh für Moira. Oh, eine Aufgabe, der ich mich stellen muss. Wir können erst mal Bug-Big-Town retten. Da wird mir überhaupt nichts mehr angezeigt, so ein Käse. Schwert-Test. Ja. Schwert muss getestet werden. Da muss ich nochmal zurückreisen. Zur Red-Racer-Fabrik. Das Schwert kann ich nämlich mitnehmen. Wackelkopf im Büro des Sheriffs. Nee, hab ich noch nicht. Und ich muss mir auch bald mal wieder neue Nuka-Colas besorgen, weil sonst... ...verdurste ich hier fast. Find aber, wie gesagt, ist merkwürdig, dass mir das mit der Lucy nicht angezeigt wird, wo ich da am besten hingehen kann. Weil bei Lucy die Quest abgeben kann ich noch nicht. Und ich hab auch vergessen, wo ich da jetzt hin muss. So. Okay. Die können alle rein. Waffen. Das Schockschwert. Schockschwerte-Not. Okay. Weltkarte. So. Jetzt muss ich nur noch den Weg finden zu diesem blöden Museum. Das ist irgendwo da. Washington Monument. Ich kann euch die Quest einblenden. Was haltet ihr denn davon? Nationalarchiv. Technologiemuseum in die Richtung. Oh hier, die ganzen Leute liegen hier immer nach vorne, ne? Ach scheiße, hier war ich ja schon mal, ne? Erinnert ihr euch? Wenn du dich da versteckst, dann wisch ich dich nicht. Der hat gesessen. Der nächste. Krieg ich den auch von hier? Ja. Oh. Wie prallt der denn ab? Geht's doch nicht. Ach, ich hätte neue 308er Munition kaufen müssen. Hm.